Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Hier haben wir den Kuschelbeauftragten. Boah, das Ding, ich mag das nicht. Das ist mir alles viel zu pinky, 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 pinky. Ihr, oh, ich weiß, ihr steht da voll drauf. Alle so Pinklovers. Was? Äh, ich mag es nicht. 4 von 10. Und das sind die Noten für das Teil. Aktuell 4,16 von 5 bei 209 Votes. Wahnsinn. 253 Reminders. Das ist absolut Hammer. So, dann gehen wir, wir gucken mal hier. Gibt es neue, aber wir fangen jetzt mal auf der rechten Seite dann an. Ins Schwarze. Das ist der Bullseye. Und Bullseye, Hammer beliebt. Ich weiß, mögt ihr auch wieder sehr gerne. Ich finde, es sieht auch besser aus, als jetzt hier diese Kuschelbeauftragte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich das so sehe, ich habe dem Ding eigentlich schon nie so tolle Noten gegeben, aber an der Stelle, wenn ich dem anderen 4 von 10 gebe, dann muss ich dem hier 6 von 10 geben. Bullseye. Ich glaube, so eine Note hat er bis jetzt noch nie von mir bekommen. Bullseye, 6 von 10 von mir. Und da haben wir aktuell 4,55 von 5 bei 58 Votes. 502 Reminders. Wahnsinn. Dann haben wir hier diesen Sichelschläger, den die Batsicle. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Wobei, so ein Teil ist halt schon krass. Baseballschläger. Und so eine Sichel da reingehämmert wurde. Das kriegt von mir 6 von 10. Gucken wir mal hier rein. Was haben wir denn da aktuell? 3,27 von 5 bei 41 Votes. 84 Reminders. So, für 800 V-Bucks die Batsicle. Dann haben wir den Elektro-Shuffle, an dem man momentan irgendwie nicht hören kann, weil ich bitte da lautspuliere nicht drin habe. Jetzt hört man ihn. Elektro-Shuffle, mega beliebt. Ich finde ihn auch super cool. Er kriegt von mir 10 von 10. Ziemlich alter Emote eigentlich, der Elektro-Shuffle. Er ist schon echt lange dabei. Kann mich noch drehen. Ich glaube so ziemlich kurz nachdem ich angefangen hatte. Müssen wir mal gleich gucken, wir mal gleich aufs Datum drauf. Kurz nachdem ich angefangen hatte, kam der glaube ich oder war schon drin oder so. Ja, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist falsch. Ich habe das falsch angeklickt. Hier. Elektro-Shuffle, 4,34 von 5. 35 Votes. Am 14. Dezember 2017, sagst du mal drin gewesen. 109 Reminders. Also, das macht schon wieder das Falsche. Was ist denn los mit mir? Alter Vater. So, also. Dann geht es weiter mit der Einsicht. Ich finde sie ganz okay aus. Kriegt von mir 6 von 10. Und das ist Insight. Insight hat hier jetzt momentan. Yo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpasst. Ich mach das jetzt gleich weg. Ich mach's gleich weg. Was ist denn da los? Insight. Insight. 3,5 von 5 bei 28 Votes. Sorry Leute, wirklich ist keine Absicht. Also nicht, dass ihr denkt, der macht jetzt ständig da rein. Außer ehrlich, ich bin gerade ein bisschen. Fuß Finesse AK Fancy Feed von mir. 9 von 10 ein geiler. 10 von 10 ein geiler Emote für 500 V-Bucks. Summer Fancy Feed, das Teil. Ist echt cool. Gucken wir mal hier rein. 4,4 von 5, 20 Votes. Hey, ich hab mich mal nicht verklickt. 84. So. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Die neuen. Ich mach das jetzt mal genauso wie die da bei RTL und so. Die neuen Sachen ganz ans Ende. So. Pest. Ihr kriegt von mir 7 von 10. Pest, Acker, Scorch für 1500 V-Bucks. Das Teil. Ah ne, ist Black, glaube ich. Das ist Black. Ist nicht Scorch. Scorch ist das andere Teil. So. Hier haben wir 3,95 von 5 bei 39 Votes. 136. Wie ich meine. Das ist für 1500 V-Bucks. Gut. Black oder Pest. So. Dann haben wir hier als nächstes die Geisel. Das ist Scorch. Gibt auch von mir die gleiche Note. 1500 V-Bucks. Teil des bitteren Medizin-Sets. Ähm. Scorch. Wahnsinnsnote. 4,62 von 5. 39 Votes. 155 Reminders. Hammer. Hammer, 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 Hammer. Herolds Stab. Reaktiv. Herolds Stab. Kriegt von mir 7 von 10. Das ist hier Herolds Wand. Und das ist der da. 3,38 von 5 bei 13 Votes. Am 12. Oktober 2015 Reminders. Dann haben wir jetzt Lampenlicht. Das Lampenlicht finde ich eigentlich für einen Standardgleiter ganz cool. Und das Lampenlicht kriegt von mir auch wieder 6 von 10. Für einen Standardgleiter ist das gut. So, 3, was mache ich jetzt hier? Warum mache ich das alles jetzt zu klein? Meine Güte. 3,5 von 5 bei 10 Votes. Wahnsinnsnote. So, dann sind wir hiermit auch schon durch. Jetzt gehen wir zur Punktlandung. Der erste neue Gleiter für heute. Heute ist Gleitertag. Gleiter Day. Punktlandung ist halt ein Standardgleiter. Ich weiß, Bullseye Hammer beliebt. Wahrscheinlich werdet ihr auch die Punktlandung Hammer lieben. Keine Ahnung. Für mich ist das einfach ein Standardgleiter mit einem Kreis da oben drauf. Ich bin jetzt nicht so begeistert von dem Ding. Mir gefällt es jetzt nicht so wirklich. Kriegt von mir. Ich werde jetzt wieder voll den Frack voll kriegen. 2 von 10 Punktlandung. Gucken wir mal. Für 500 V-Bucks. Schauen wir doch einfach mal. Wie sind da... Haben wir denn da... Wo ist denn das Teil? Targeted. Wo ist das Ding? Ach, das ist das da. Tag... Oh. Okay. Also doch nicht so beliebt. Auch bei euch nicht. Targeted. 2,33 von 5 bei 3 Votes. Und dann haben wir als Letztes. Und da bin ich... Das finde ich cool, das Teil. Jetzt gucken wir erstmal. Erstmal gehen wir hier hin. Das sind die Kuschelkrallen. Im Schleifchen. Und diese Pratze da. Pink Pratze. Kriegt von mir... Oder Tatze. Kriegt von mir Royal Romantic Set. Guckt euch das. Das sind für 800 V-Bucks. Die Kuschelkrallen. Kriegt von mir... 6 von 10. Das ist Cuddlepaw. Und das ist das Teil hier. 3,67 von 5 bei 12 Votes. 5 Reminders. Und jetzt. Finally. There it is. Making its way to the ring the Kuschel Airlines. The Kuschel Airlines. The Kuschel Airlines. Und Kuschel Airlines... Ey. Auch von hinten finde ich... Sieht das Teil mega cool aus. Und dann. Und guck mal hier mit kleinen Flämmchen da. Das Teil finde ich ist mega witzig. Mega cool irgendwo als Gleiter. Kuschel Airlines. Kuschel Airlines kriegt von mir 9 von 10. Kuschel Airlines. Mega geil. Der Teil hier. Kuschel Airlines. Und ja. Gucken wir mal. Haben wir denn schon für Kuschel Airlines. Die Kuschel Airlines. Irgendwelche Noten. Das ist der Cuddly Cruiser. Das ist das hier. Da haben wir 3,2 von 5 bei 5 Votes. 9 Reminders. Ja Leute. Wenn euch das heutige Video gefallen hat. Dann lasst mal einen Daumen da rum. Da schreibt was in die Kommentare haben. Und nicht den Kanal. Schreibt es jetzt mal ein. Wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News. Mit mir dann gleich. Auf rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.